das gab meine Freunde willkommen zu keinem live kommt er in Black Ops 2 mit der Vector am Start ich wurde irgendwie in eine Lobby geschmissen und die ist irgendwie angefangen dann spiel ich sie auch war gleich klar dass eine Conta da nicht kommt mich mal durch du Vollidiot er verreckt einfach nicht er verreckt einfach nicht wofür habe ich ihn gedrückt vom NARC um 10 Kugeln locker um die 10 Kugeln block doch nicht die ganze Zeit du Wichser wo ist er das ist oben am Gramm an oh das sind aber mehr das war ja dann hier raus Wittschlager raus kein Gehohl guck mal wie viele Leute im Haus sind komplett steam im Haus das ist ok geht aber nirgends holt ein geht hoch kein Gegner hier war einer genau wenn ich da nicht hinschock kommt wenn man behinder der Wichser wieder her aber bockt sich bockt sich jetzt mit dem ein das ist ist ein das ist F*** Bruder Unlocking, ja gib Gas Gell durch St Wirt Schocken 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 Achtet mal unten, was mich getötet hat, echt. Gut, wird gemacht, Hedi. Gut, allgemein, gut. Oh, der hat gammelt, danke, Hedi, man. Ich hab mich jeden Locker gerollt. Okay, da waren paar Fehler, also, ja. Waren echt viele. Da hält ich's mal ab, normal, man. Da tötet er jeden Weg, den er sieht. Ich will noch einen haben. Okay, das war dann ein bisschen scheiße von mir, weil ich ihn nicht gut gesehen hab und ich sterbe. Egal, lad mich weg, drauf und probieren, wir haben ein paar Kiste zu bekommen, ja. Oh, Chippe, gemoppelt, Alter. Drohne könnte man noch aussehen. Klonische Konkurrührung. Klonische Konkurrührung. Viele Gegner. Wir holen den, der auf mein Hedi, um zu schießen, nur auf der Donne. Ich will sagen, wir sind. Typ genau macht. Double Captain Shiky am Start, ja. Buckt sich, ich trink mal kurz den Schluck. Die Weckte ist echt eine Mörderwache. Aber was ich finde, ich finde die Five Seven ein bisschen besser als die Biederen 20. Das ist meine Meinung, ich habe sie in einer anderen Meinung. Man hat die Leute, ich bin ohne mit der Alter. Aber meine Meinung ist, dass sie halt nicht so gut ist wie die Five Seven. Oh, Digger bei dem Leute. Ein Teamate, der ein Ohr, bis sie hier kämpft hat. Momentan, ich lerne es mal. Ich bin mit dem Ja, ich bin ja ich spied auf. wieder wieso wir haben sie ein Mann Bist mehr nix mehr Ah das war ein bisschen scheiße da waren echt zu viele Ah er war bei 20 und ich hatte keine Muni mehr eine behinderte Waffe aufgrund deswegen bin ich nicht gestorben wenn man mich auf dem Radar sich vergeben wenn sie glaube ich schafft aber es ist egal nur gleich nicht alles in die Kiezen mehr aber es wird auch schon in der Eterheit Doppel gegen Mopple ich weiß nicht was der Typ dann macht er da irgendwie will er mein Heli runterschießen aber ich weiß nicht wieso ich glaube mit der Waffe wird er dafür sehr viel Schuss brauchen ich habe mein Heli da rüber gesetzt aber mein Teammate ist da irgendwie so doof reingerangt oben ist ein oben ist ein oben ist ein oben ist man die aufheben oben ist einer Heli dreht komplett durch das Problem ist wir haben ein kleines Gegner aber das hier macht nicht so weg und die denn man hier dann nice was nimmt er schon wieder die scheiß C-Flagge an ich habe noch einen für dich wieder ich könnte ihn gerne nochmal unterschießen ich habe noch einen mit einem der kämpft auf unserer Flagge irgendwie die Leute spielen manchmal so behindert es ist ja komplett durch hier gerade es ist gespawnt und gleich vom blitzscher gestanden und richtig umfangen um ein fahrt der in dringend von der fünf kiel ist man und die scheiße hat sich schon werfen und so und recht gut also vier das level und die kiss ich nicht benutzen wenn ich recht gut ich hoffe euch gefällt das live hier und joe vorabschieden mal kommentieren die vergesst neue Chosen